Moin Leute, was geht heute zu einem neuen Video mit Jerome. Heute spielen wir auf jeden Fall Fallgeist. Das Video kommt auf beiden Kanälen, also bei mir, der Fall, äh, ne, nur Fallgeist und bei dir auf Jermix.de. Auf jeden Fall. Ja, genau. Und das Video fängt jetzt an, abonniert mich gerne und Jermix auch. Der Kreise ist auf jeden Fall das erste Game. Hm, Kreise mag ich überhaupt nicht. Nee, magst du nicht? Hm, hm. Ich fand's geil. Also, reihe ich. Also, es gibt da ein paar Stellen, die ich jetzt eigentlich nicht so nice finde, aber, ja. Da sind wir auf jeden Fall mit uns am Schicken, was weiß ich, was es ist. Ja, das stimmt. Oh, Hesprung in die Gemengaren hier. Ich bin nur... Haha, okay. Komm, wir springen. Oh! Sieger. Wow, 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 wow. Ey. Das geht so weit. Oh, nee. Also, die Stelle magst du überhaupt nicht. Ich mag beide. Hesprung? Ja, ja. Oh, ich komm jetzt weiter rein. Jetzt kommt auch eine Stelle, die eigentlich nicht so perfekt ist. Hopper. Ja, das geht nicht so rein. Ja, das geht nicht so rein. Ja, das geht nicht so rein. Jetzt komm's. Schafft nicht jeder? Doch, doch, doch. Hesprung? Oh, mein. Du hast verkackt. Hesprung. 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 Ja. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie jeder Spiel findet. Auf jeden Fall, ich find's eigentlich sehr lustig, so. Ja, das wird sich so. Ja, das wird sich so. Kann man mal nach. Kann man mal spielen? Du bist. Hesprung. 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 Ich bin nur anders. da ist los È ja ja, der ist weg Easy Leute, easy Erste Stage ist aber nicht hier Checkpoint Yes Ich bin so heftig noch nicht Nur Flaks, Geist Was ist! Alter! Eines Worgens ist ein Lager Ja, das war nicht schön. Dinger! Digga, was war denn das? Einfach nur, shit. Was hast du Lust von dir ohne Witz? Nein, das war nicht was. Ich muss 50, was am Fuß zu gehen. Mhm. Digga. Das war Lust, das war Lust, das war Lust. Und das ist halt immer mein Problem, Alter. Genau, das war's. Äh, natürlich. Wieso, ich bin Lust? Was? Das sagt der, der immer weg. Jeden Tag. Ich muss grad noch eine Runde mal schaffen. Also. Du warst schon. Sieh jetzt. Schwimmst hier nicht. Und das Land ist zwar auch gut, oder? Nicht schlecht. Hallo. Es ist so dumm. Die Leute kicken einen halt immer runter. Schwimmst du da runter, bist du dumm? Hä, ich dachte... Egal. Egal. Und ich flieg. Flieg. Wie ein Sieger. Und los geht's. Oh. Hier ist Türenlauf. 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 Oh... Hier ist aber verkackt. Da war es hier. Ja... selber da warst du schon über die 10 Linie da war ich bin ich über die 10 Linie gesprungen und hat trotzdem mich getötet ja das war richtig müß so ich renne einfach jeden Tuchel hinterher so welche Türen nehmen wir? Diga was macht ihr Idioten? Ja, das ist ein bisschen viel E.V. Ja, okay, aber das wäre jetzt nicht viel. Das war meins vom Fühlen. Witzender Reich. Wieso? Bei ihm. 55 Minuten. Oh, komm. Du mal was ganz anderes. Da sag ich doch hin, dann ist. Ja, kann ich nicht. Geht, geht. Das nächste Spiel soll sie überhaupt nicht so, ne. Also, da mach mal so rum. Hier wohnst du im Busch. Das sagt Gehleger. Ja, das sagt Gehleger. Ja, das sagt Gehleger. Ja, das sagt Gehleger. Was, Alter? Ohne Witz. Ja. Ich muss schnell werden, schnell, schnell. Digga, aber treibt doch mal, Digga. Schiebt mal eure Lage. Digga, ich bin erster. Ja, komm weiter. Ja, komm weiter. Das sieht man. Auf jeden Fall gehen wir jetzt in die nächste Rounds. Ohne Witz. Dritte Runde. Zwei, drei Fall sind noch übrig. Nice, nice. Ja, safe. So, es geht in die nächste Runde. Ohhhh. Abschweifen. Ja, es geht hier, dass man seinen Schwanz balten muss. Also, das Team, was am wenigsten Schwänze hat, kriegt keinen Schwanz. Ich glaube, einen Schwanz von meinem Team. Ich weiß, mach ich aber nicht. So. Ja, das ist gut schön, danke. Ey, du... Ich will meinen Schwanz wieder haben. Gib mir meinen Schwanz wieder. Ich bin dein hier, danke. Der will seinen Schwanz wieder haben. Kriegt aber nicht. Digga, jetzt hab ich schon zwei Schwänze, Digga. Oh, ich bin fast. Was? Der kommt... Der rennt immer noch hinter mir her. Was? Wir haben nur noch zwei. Hey, Digga. Wir verlieren momentan. Digga, ich will schon seinen Schwanz behalten. Er hat verloren. 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 Nein. Grün. Digga, ich will meinen Schwanz. Ja. Ja. Komm, Grün. Aber es sind noch sechs und alles. Die Grün ist gar nicht alt. Grün hat sowas von verloren. Es kann alles noch passieren. Okay, ich cloud den Grün schon. Das ist mega. Komm, wo ist Grün. Jetzt haben wir wieder den Nächsten. Warum verliert ihr alle eure Schwänze? Mal ehrlich. Ah. Oh. Du Hund. Gib mir mal einen Schwanz, Digga. Oh. Ja, um. Haben wir verloren. Wir haben gerade um einen Punkt gewonnen, oder? Ach du Kacke. Digga, aber Hannes Klaus. Oh. 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 Ne. Wäre besser. War das richtig close, wenn wir gerade so noch gewonnen? Oh. Das heißt, ich habe auch noch nie geschwählt. Du bist gerade ja weichste. Muss ich sagen. Wir wollten einfach noch nicht. Doch. Ne. Eins vor Finale. Ja, stimmt. Eins. 1 war 2 Runden drinnen und hast verkackt Ne, dote 2 war geil Das bringt nur Wurken wohl Hey, du musst den Rock ins Pelten Hörst du los? Soll ich über die Steine Oh, die anderen rennen vor Wie du Seid ihr los? Was? Die ist ja okay Digga, bin ich der einzige der schiebt? Seid mal ehrlich Boah, der blau Blau, helfst du hier doch nicht Schieb nicht weg Blau ist aber schick Ich mach euch kaputt hier Genau helft uns Digga Ehrenmann Wie ehrenlos seid ihr? Wir machen abgangssch*** Digga, ich schlag euch, ihr fetten Viecher Digga, nee, Alter, hier, du bist ehrenlos, verpiss dich Ja, die haben gewonnen, die haben gewonnen Du bist raus Digga, das ist so mies, ne Kannst du sowas gewinnen? Die sollen schon mal verkriechen und ein Hobby suchen, Alter Das S-Wort ist ein, äh, Wort, was copyrights, äh, was strikt es Hey, diese sieht nicht So, denk ich schon Gehen Leute, erstmal hier mal kriegen Gewinnen Siehst du, seh ich schon, das krieg ich auch immer Nicht nur Jeremy kriegt das immer, das auch immer Ist auch für so ein Spiel, was immer am Anfang ist geführt Gehen Leute Gehen Leute Von Sonne, mehr als Nein, nein Gehen Leute Hm Wir haben nicht mehr so Grunde geschehen Ja Ehre Ich will nur sagen, ja Scheiße Was war das denn? Was war das denn? Du bist jetzt hier in die Flucht, wie ich denn so hab gelacht Du hast für gelacht Du hast für gelacht Ja, du bist safe Riesen Ich war der Erste, Alter Oh shit Oh shit Was ist denn? Keine Wichser müssen alle wichsen Nein! Oh fuck Ok, Krehchen, Krehchen Ich muss nur abhören Nein! Hä? Ist das geil Oder auch Fuck Wieso denn? Ich hab's trotzdem Hey? Ja, Abforschloss Ich kann das nicht Ich glaub das Ich glaub das Ich glaub du einfach immer Na gut Was für zum ersten mal? Ich hab schon einmal geschafft. Die waren... Was? Ne? Was für ein Scheiß? Ich will auch nicht tanzen. Verdient. Ne verdient verdient. Ja, natürlich. Okay, schwindende Höhlen. Hast du doch einmal, ne? Es ist so kalt ohne Witz. Dir ist gefühlt minus... 10 Grad. Also hier ist mindestens ein Grad hier drin auf jeden Fall. Okay. Im Hochsommer, ja. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Nein, was heißt? Ja? Es ist warm wie Scheiße hier drin. Sicher nicht. Ich hab schon gesagt. Ich hab jetzt aber gedacht, ich hab jetzt mal was macht. Was ist eigentlich in der Welt... Kann ich noch was tun. Das ist ja ein bisschen. Bleh... Hö? Äh... Du rennselig war das hin. Leute! Ich bin echt gründer. Kriegen wir gleich was Nein, das ist schlecht Noch fällt, wenn wir nicht Hallo Digga Ja, ich bin da Nur 33 Oh, ich dachte gerade Not bad, not bad Ich fühle mich ganz ernst Wippe, wippe Fünf, fünf Fünf Wappen 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 Was ist das? Ich glaube hier ganz schön was passt Trauben, Mango, Körschen, Melonen Mango, Melonen, Körschen, Körschen, Mango Melonen, Körschen Körschen Trauben, da Falsch Knappe Söse Knappe Söse Knappe Söse Knappe Söse Bananen Höh? Bananen Oh, Snapshot von Annabelle Aha, dann probieren Jetzt nochmal Egenträume Körschen? Wo war Körschen? Ja Ich habe Körschen nicht einmal gesehen, ne? Ich habe Körschen nicht einmal gesehen Ich habe Körschen nicht einmal gesehen Ich habe Körschen nicht einmal gesehen Ich glaube nicht einiger Runde gefallen Jetzt dritte Rundschaft Ja, easy Vierte Runde schaue ich auch noch Vierte Runde schaue ich auch noch Nur dritte Runde Helft sich Keiner das rauchtum, oder? Ausweichmanöver Da muss man ganz rechts schlauhen Oder, nicht weiß ich Kann manchmal auch schwer Ich hoffe, sieht sowas wieder easy Musst du aber schnell sein Ja? Ja, ich muss wirklich schnell sein. Sind nur 2 Leute, oder wenn wir die qualifiziert haben. 18, wahrscheinlich. Ist da hinten? Ist da. Ja, du kriegst dich nicht gleich mal weg, du kriegst. Ja, normal. Du kriegst dich nicht gleich mal weg. Ja, du kriegst dich nicht gleich mal weg. Fast easy. Guck mal, guck mal. Oh mein Gott. Nein, nein. Ja, schade, ehrlich. Nein, hält's Maul. Nein, hält's Maul. Ja, okay, hält's Maul. Aber, es war auch okay. Spannend. Schade. Leute, schade. Aber, das heißt auch, dass es das Ende vom Video war. Es ist ziemlich schade. Aber, vielleicht können wir auch noch mal in Teil 2. Vielleicht. Ich hoffe nicht. Das war's mit dem Video. Genau, das war's mit dem Video. Abonnieren Sie beide. Für mich der Fall war. Like das Video. Peace. Und tschau. Also, das war's mit dem Video. Also, das war's mit dem Video. Also, das war's mit dem Video.